also ich bin wie gesagt hier in dem raum bedienen die jetzt auf youtube einschalten wie gesagt ich bin nicht weit gegangen da wo wir aufgaben war quasi da unten und ja wir sind jetzt hier quasi im safe room so da haben wir während des letzten streams aufgehört als ich mein pc gemeldet hat und gesagt hat something's not wrong here something's wrong oh guck mal ein krummer dietrich so jetzt muss ich mich aber halt erstmal wieder ein bisschen erstmal umgewöhnen jetzt können wir zeug kombinieren aha sehr schön wundermittel fucking hillbillies haben einfach in ihren kabinett schlicht und ergreifend wundermittel für schnittwunden löcher im arm und alles mögliche aber warte mal mit dem dietrich können wir denn ja den ein dings ne black club es geht so karte des hauses so kann man mal gucken wohnzimmer ist ja wir müssen hier nur den gang runter da war die kommode wo wir aufschließen können und dann schauen wir mal was passiert mal gucken wer oder was uns dann umbringen will ich wollte mal sowieso hier genau das ist noch so eine sache erst mal wie kommt das hier rein ist mir ja wurscht die packe ich mal beiseite das kräuter lasse ich mal da ich habe pistolen munition aber keine polisistole war schon feier 15 durch nee ich muss es mal weiter spielen muss da mal echt weiter zocken das spiel war toll wie gesagt andere sagt ich gelesen habe es gibt eine trophäe wenn du das gesamte spiel durchspielst und nur drei mal diese kiste hier öffnest das ist richtig alter die trophäen in diesem spiel sind richtig bastelt ich sag soll ach ja warte mal war das nicht so mails ausdrucken sowas von 2001 ja aber der gute alte even ist generell so einer weil du einfach das geil weißt du du verlässt den raum und auf einmal klingelt das telefon der volk ist einfach okay man sieht es ja nicht meine aber for fuck sake einfach mit fucking tackernadeln in den arm und es funktioniert irgendwie so daddy wo bist du bei am besten irgendwo wo ich jetzt gerade nicht hin will ja ich habe hier nämlich gerade ein bisschen zu tun cool super toll naja man hat es aufgehört zu regnen ich habe aber immer noch nichts womit ich hier mal zeug kaputt machen kann ich meine in die eingangshalle kann ich mir so ein bisschen abschminken dahin zu kommen das war da mal ich meine ich finde es ja schön dass hier ein safe room ist na ja eingangshalle immer ein da war ein bisschen dicht vielleicht mehr so ein bisschen abschminken dahin zu kommen oder die ich werde echt dankbar wenn du eine ganz große portion vork benutzen würdest das kann ich mir so getrost in die haare schmieren muss also irgendwie ich hab da geklopft gehört mischt daddy ich will nicht spielen daddy go fuck yourself is that sugar daddy no this is not fuck off na nü machen sie auf sehe ich so aus als könnte ich was aufmachen meinst du ich wäre hier wer ich aufmachen könnte nein ich habe kürzlich mehrere anrufe über vermischte personen erreicht sie verstehen nicht ich muss hier raus beruhigen sie sich sie hören mir nicht zu in diesem haus gibt es irre die mich umlegen wollen verdammt ich sage ihnen folgendes sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben ich finde schön wie beide voll voll aneinander vorbeireden es wurden mehrere personen vermisst gemeldet und ich kann nicht ausschließen dass ein außenstehender wie sie daran beteiligt ist meine güte dann nehme ich halt fest was zur hölle even wirklich von mir aus auch gengis kahn was ist das für eine aussage even ganz geil wie das taschenmesser in seiner hand geschwebt ist habt ihr das gesehen was soll ich mit einem messer was weiß ich dumm rummessern geil das halte ich von meinem scheiß ja erstellt dass ihr ihren arm zeigt ja das ist auch noch so eine sache ich meine lass mich raten evan du bist ein schwach kopf du bist ein fucking schwach kopf ich gehe mal ganz kurz zurück nee warte mal das spiel auto saved auch ein bisschen also von daher draußen ist freiheit ich sag dir alles nimm mich bitte hier mit ich bunker mich doch endlich das ist ja wie scheiße dumm das ist wie wie fucking wie gut daddy kann yoga teleport ist okay messer 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 nimm das daddy scheiße ich werde jeden einzelnen von euch umlegen ja okay gibt es hier irgendwas anderes was kein messer ist erste hilfe nice aua äh äh laut äh äh ähm ich lebe noch cool ich lebe noch yoga block okay oh shit nee du bist gleich ein toter Mann mit dir rechne ich ab Junge get fucked daddy I'm not calling you daddy anymore oh shit he's pissed oh shitty oh that's a shitty titty knife danke das wäre meine Option gewesen auto oh oh daddy daddy ich bin Audi wie wäre es damit ich bin Audi daddy ich bin Audi tschüss daddy oh fuck deja vu get fucked get fucked get fucked get fucked get fucked hat die Fresse bring dich um well okay tschüss ich park aus und bin dann weg ja wait what oh oh das ist nicht gut am I dead am I dead I'm alive okay he's fucked oh da auch nicht okay ich bin geh aus dem scheißauto fucking asshole okay okay I catch your drift are you fucking serious I will fuck you up oh fuck ich merke schon danke auto even you survive even überlebt das ich mein klar ich hab Wundergoop juice also ja Mensch also erstmal vielen Dank für den Bit ich hab mal den Bit Sound geändert auf etwas kürzeres die Nachrichten kann ich ja dann trotzdem noch lesen also ne ja ne komm nicht he's fucking he get he's fucked Mensch he survives this er nicht ist sonst noch irgendwas nope ich mein es musste hier irgendwo ne ihr wollt mir doch nicht sagen dass das eine fucking Garagentür ist die sich nur von außen öffnet und selbst wenn nicht müsste nicht er den Schlüssel dafür haben okay just you know what fuck this ist das dein fucking aufmerksamkeit Junge du wirst gleich was wunderbares sehen scheiße suddenly meine Knarre macht um einiges mehr Schaden gut ich hab dir ja nur ein gesamtes Magazin in deinen Schädel entleert also ja Cutscene Bullets Flinten ich mag äh achso also ne anhinchte chinch also man kann ja sagen was man will aber meine Autofahrkünstler haben mir gerade das Leben gerettet das und ne Cutscene Bullet so ein bisschen beides ja die macht haja schlaf wie Bubu genau so in etwa ich mein gut dass ich hier die Munition auch mitgenommen hab aber ja gut hier werden wir wahrscheinlich nochmal zurückkommen müssen weil da ist offenbar was wo ich irgendwo rein klippen sollen geh doch dann geh doch durch even stell dir nicht so an wenn die Zeit mal close ist und even nur mit nem fucking Messerchen aber gut ich hab ja jetzt ne Knarre ich werd nur ein bisschen sparsam sein hat der by the way eine meiner Patronen jetzt tatsächlich benutzt ich mein das kann er doch nicht machen oh Mensch shoot me shoot me oh if that's the case if that's the case wenn die so kaputt gehen keine Ahnung was es bringt aber Menschenskinners ok dann hier war auch noch ja genau ich hab keine Ahnung was das bringen soll aber ne wenn man schon weiß wo die Dinger sind warum nicht naivin ist ein Ultralord müsst ihr wissen der Typ ist ne der 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 heilt sich ja auch durch alles mögliche Schießpulver ein Schießfilm und ne Münze wo ich noch keine Ahnung hab was das soll klingeln mal aber ich hab das Gefühl ich bin in der Zeit immun ich weiß nicht wieso das ist ein Skorpion Mensch das ist ein bisschen obvious und zwar mit 20 versionen vermisst und jetzt kommt erst der polizist an und sagt ja da werden mehrere personen what the fuck das ist vermissen personen in den letzten zwei jahren du sagen aber hast das zugenommen was das ist das ist das ist das ist das ist Geht der Anrufbeantworter auch? Cool. Also nur, weil ich einmal zur Seite gegangen bin. Ah, the same shit again. Hm. Das ist also hier eine Menge Optionen. Aber erstmal müssen wir das gleich zurückbringen. Dann... Äh... What? Aha. Hat er das Ding da jetzt... Achso. Netter Versuch. Ich kann mich selber hier hinstellen mit meinem Messer. Sieht nur geringfügig doof aus. Hm. Don't mind if I do. Well, fuck me sideways then. Okay. Fine. Gut, dann bringen wir mal das Pendel zurück. Hoffen, dass Daddy immer noch mit seiner Lieblingsbeschäftigung beschäftigt ist. Tot sein. Dass er mir gerade mal nicht in die Quere kommt, das wäre richtig cool. Das muss doch hier irgendwie zusammenhängen. Nicht gut. Nicht gut. Sehr gut. Und nun... Let's get Audi. Du fucky. Ja. Hat mein Daddy es dir schwer gemacht? Das ist dein Vater? Klingt pervers. Das war einmal. Es tut mir leid, aber... Aber er ist jetzt tot. Du bekommst das vielleicht sogar hin. Was? Was hinbekommen? Du musst was für mich tun, aber ich kann es jetzt nicht erklären. Du brauchst vielleicht irgendwelche Schlüssel, aber du musst einen Weg aus dem Haus finden. Ja, weil Hillbillys für solche Rätsel bekannt sind. Just saying. Ich meine, in der Spencer Mansion und all sowas erwarte ich sowas ja noch, aber... In einem fucking Hillbilly Haus? Are you serious? In fucking Hillbilly City? Wo ist mein... Achso. Dann müssen wir mal ein Messer. Ein Messer für alle Fälle. Hey, Oma. Alles knöftete... Evelyn, 2. Mai 2014. Mensch. Es waren auf jeden Fall Football-Fans, ne? So viel kann man ja schon mal sagen. Vor allem, es ist basically... Die Spencer Mansion nur in... In... Messie. Nicht wahr, Oma? Ja, du lebst, du, du... Nein, könnte ich nicht einfach... Hm... Nope. Das Spiel erlaubt es mir nicht, in deine Richtung zu ziehen. Was ist, wenn ich ein Messer... Ich kann nicht... Nee, dein... Meine... Angriffstaste funktioniert dann einfach nicht. Sobald ich in deine Richtung... Ja... Let's game design, alright. Packen wir Oma einfach hin, aber wir machen sie fucking... Invincible. Einfach, weil sie... Nö. Kannst du einfach nicht anvisieren. Macht Sinn. Selbst die Ludolfs sind nicht so messy. Nice. Dammit. Die Chemikalie X. Okay, hier... Bin ich so... Warte mal, ist das denn der... Teilzeitraum? Ach, dann lande ich quasi... Ah! Cool. Na gut, immerhin macht das Sinn. Wenn ich mal einen schnellen Fluchtplan brauche. Ja, Mensch. Hm. Nothing. Munition. Eine antike Toilettenmünze... Äh, antike Münze. Ja, hm. Den Spaß hatten wir schon in Resident Evil 1 schon mal. Hm. Was zur Hölle soll das sein? Hm. Lecker. Hier, mein Inventar ist fast voll. Mal gucken, ob hier irgendwo... Hoffentlich bald ein Dings ist. Oh, oh. Wieso habe ich das irgendwie geahnt? Was zur Hölle hast du da? Ist schön. Ist das ein fucking... Ist ein fucking Malpinsel mit Stacheln dran. Oh, oh. Fucking kick! Ja, das ist mir schon aufgefallen. Komm, geh mir nicht auf den Keks. Hä? Okay, Oma ist schon weg. Das kann ich mir ebenso in die Haare schmüllen. Ja, der... Der hat da wahrscheinlich immer noch Spaß. Weil ich habe ja so eine dumme Vermutung. Vermutung. Meiner sowas gelesen zu haben. Gott, ist das so... Hä? Kann man... Kann man mir mal einer sagen, ob ich jetzt hier... ... richtig bin oder ob das Blödsinn ist, was ich hier versuche? Achso, ich muss... Ich muss best... Das ist nicht euer Ernst. Come on, wirklich? Wer baut diesen Mist? Wer baut... Ethan, das ist Hillbilly-Magie. Weißt du doch. Müsstest... Ne. Das ist Hillbilly-Magie. Das ist Bullshit. This is pure Bullshit. Weißt du, wenn Leute gesagt haben, boah... Resi 6 war total unlogisch und total übertrieben. Ne? Also ich weiß, ich mache mir gerade Feinde, indem ich einfach das hier mit Resi 6 vergleiche. Aber Jesus fucking Christ. Das ist ja schon... Ach, komisch. Der Kühlschrank sieht ja nicht halb so ekelhaft aus. Finden sie Objekte mit dem... Hä? Flüssige Chemikalie. Ja, warte mal. Dann machen wir erst mal... Dann ist schon mal dabei. Dann haben wir wieder Platz frei. Das Ding stackt auf 3. Arzneimittel. Können Sie eine Sinne schärfen? Wodurch, ja, dann bin ich einfacher aufzuspüren. Was? Ich habe sogar Objectives. Das sehe ich jetzt erst. Ist das also tatsächlich, dass ich mir jetzt Zeug gebe? Warte mal. Was ist, wenn ich mir das wirklich mal gebe? Kann ich offenbar nicht. Wow. Ich sehe Zeug. I am Eternal. I am Infinite. Wäre das ganze Zeug auch hier, wenn ich das jetzt... Wow. Ich kann sogar durch Wände gucken. I am Eternal. I am Infinite. Alter, Verwalter. Das wollte ich nicht, aber... Na gut. Sorry. Doppelköpfiger Vogel sagt nein. Alter, what the fuck? Wie? Retarded ist das? Ich meine Jesus Christus. Äh? Was haben wir denn hier? Noch eine Münze. Sie ist Pulver. Okay, offenbar wird mir dann echt angezeigt, wo Zeug ist, wo ich so nicht finden würde. Ah. Mehr Igittigit Horror. Hm. Nö. Nur mehr Igittigit Horror. Meine Lieblingsform. Von Horror. Igittigit Horror. Könnten all die Opfer sein. Ich weiß nicht, wie du darauf kommst, Ethan. Ethan, du hast echt eine merkwürdige Fantasie. Also, nur mal so nebenbei. Hm. Mensch. Saftig. Was zum... Och, nein. What? Ja, Mensch. A fucking Dropkick. Dich Messer. Ich pass auf. Wow. Ethan. Ihr seid echt hartnäckig. Okay. Alter. Okay. Es ist Vieh. Gut. Brauch Patronen. Messer ist wertlos. Moldet. Diese Kinder sind sehr... Haha. Nee, wirklich Spiel. Da bin ich jetzt nicht drauf gekommen, dass die sehr widerstandsfähig sind. Das hätte ich... Das hat die Welt so noch nicht gesehen. Ja, ich meine... Die Dinger haben Clown. Ich weiß ja nicht, warum ich... Warum ich glaube, dass das hier... Mich irgendwie beschützt. Mal gucken, wie viel der aussieht, wenn ich ihm ein paar Mal in den Kopf schieße. Achso, aber... Hm, Tür. Hi. Geil. Nagi, nagi. Meine Güte. Der erste Gegner im Spiel. Der erste vernünftige Gegner, der kein Boss ist, ne? Alter, war weiter. That's what you get. Gut, also Messer ist gegen die Dinger echt Blödsinn. Weil das Messer macht so viel Schaden wie ein Haufen Plüschkugeln. Wieder was gelernt? Bin ich denn jetzt gelandet? Sag mal, ich kann mir ja jetzt mal... Was ist, wenn ich mir jetzt mal in mein Psychotunikum reinschmeiß? Ja, ha, ha. Dann ist hier sowieso nichts. Okay, cool. Da kann ich nicht durch, weil da muss ich ein super Skorpion für sein. Sag mal, was haben wir hier? Ein Safe Room. Mensch. Safe Room. Und da unten ist eine Menge Zeug. Das Ding kriege ich nicht auf. Ja, Mensch. Was? Äh. Die Arscher hier suchen nach mir. Aber vielleicht gibt es eine Gelegenheit zur Flucht. Also wenn wir ein Release finden, wenn wir die Hunde-Köpfe aussehen. Ich habe einen Köffelraum im Keller gesehen. Ich finde den. Das ist ein Schlüssel. Rückseite? Irgendwas stimmt mit mir. Ich muss einen Mist legen. Den haben wir reingewir... Oh, okay. Gut, dass ich nichts gegessen habe. Außer die... Das bisschen, was Daddy mir mit dem Messer reingeschoben hat. Wenn wir die Flinte schnappen und Freizeit haben gehen. Wir werden mir noch bereuen, wie sie mir angetan haben. Okay, cool. Dann bin ich irgendwie der Einzige, den das irgendwie so null interessiert. Weil irgendwie jeder Charakter, den ich bislang... Der mir bislang irgendwie vorgekommen ist. Irgendwie so super uninteressant ist. Den Kugeln lassen. Flüssige Chemikalien kombinieren. Und Pistolenmunition. Oh. Also entweder Heilung. Wo ich verbraten habe. Weil ich gedacht habe, boah. Geiler Scheiß. Zwei habe ich noch. Also der Schießpulver erstmal hier. Ich lasse das Schießpulver erstmal hier. Ne, nur zwei Schießpulver können wir erstmal hier lassen. Genau wie die. Ich habe noch keine Flinte. Also ich brauche auch keine Flint-Munition. Äh. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. So. Das ist doch nicht. Das stört mich. Aktion kombinieren. Nö. Gut, dann bleibt mein Inventar halt zugemüllt. Ja Mensch, dann ist das halt so. Dann muss ich damit leben. Jemand, der 10.000 Mal, äh, Resident Evil 4 gespielt hat, äh, den wurmt sowas. Die Charaktere treffe ich in den Minigames. Oh mein Gott, in den, äh, in den fucking DLCs. Die ich mir nicht holen werde, weil ich kein Geld für sowas ausgebe. Äh, wenn ich schon höre, dass die, äh, die DLCs Minispiele sind, da dreht mir jetzt schon sich mein Portemonnaie um. Da dreht sich mir dann schon mein Portemonnaie auf links. Ne, hey, schosche Leute. Vielen Dank fürs Einschalten. Wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst doch bitte ein Like oder ein Kommentar. Je nachdem, was euch lieber ist, würde mir sehr helfen. Und wie gesagt, alle wichtigen Infos, wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, zu diesem Kanal, findet ihr unten in der Beschreibung. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. See you, Leute. Bye.